Gehen wir mal wieder raus, Passwort, was hat er hier, äh, W734 war das, glaub ich, W734, äh, das Beschäftigungsprofil neben meinem sieht interessant aus, okay, was, was muss ich da jetzt machen, W734, äh, finde Pony Highlight und spiele es, ich werde so schnell, ich kann ein Portal für dich öffnen, wie lautet das Passwort jetzt, W734 vielleicht, okay, äh, 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 Gast, nichts, Hopeless Soul, W734 beschädigt, geschädigt, I, ähm, Error, was, nichts, W734, Lucifer, Ponies, Lucifer hat das Passwort des Ponies, so, klicken wir mal hier hin, E, O, N, Y, S, Ja, Mann, willkommen zurück, Siedler von Satan, äh, Schmetterling, Wim, Fehlerhaft, Pony Flügel, PNG, Messenger, Fehlerhaft, Fehlerhaft, Siedler von Satan, das will ich mal spielen, Wals 10, Lehm 0, Getreide 2, Wolle 2, Erz, Siedlung, Auf eine Straße, Warte, wenn wir jetzt nochmal rausgehen und wieder rein, ne, ne, okay, aber bei der 7 war, äh, war es rot, ja, und das haben wir schon verkackt, 6, 6, Ah, okay, 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 interessant, wir werden sehen, ob du immer noch zu gut für mein Spiel bist, wir werden sehen, willkommen zurück, äh, spielen wir wieder Pony Island, Oh, diesmal ein rotes Stern, ein Pentagramm, aha, Satanta Inc., äh, Startespiel, komm, wir, wir starten einfach, Anteuer Modus, ja, du warst fleißig, das war ich auch, ich habe Pony Island ein paar Verbesserungen verpasst, der Abenteuer Modus ist eine Vieldesign, äh, revolution, bitte halte dich dieses Mal zurück, Beats zu benutzen, war ja das jetzt schon Anteuer Modus, du willst mich nur ein kleiner, ach, lass mich das reparieren, äh, wir wollen das so haben, Ah, das ist Teleportation, nice, dann wollen wir den von hier weg, und den darf ich da rein, ja, so, haben wir erledigt, Lade, äh, das ist neu, es gibt eine Menge an beschädigter Daten nördlich von dir, unsere beste Chance ein weiteres Portal zu öffnen, liegt dort oben, spiel einfach mit und lass ihn, hä, was ist das, Oh, was haben wir da, äh, warte, ganz schnell, so, und sagen, den nehmen wir auch mal raus, und wir machen vielleicht das hier, und das, ich glaube, das muss so rum, nope, okay, nein, ah, zu früh, du, 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 sprung oder was? Wo ist unsere Lebensanzeige denn da unten? Oh, eh? Oh, ich dachte schon, das wäre zu früh. Ah? Die haben wir geknackt, okay. Ah, Ziel, nice! Die große Kluft. Und Start! Ähm, okay. Hier kommen wir nicht weiter, irgendwie. Da kommen wir nicht weiter, wir können nicht fliegen. Okay, gehen wir nochmal zurück. Das Level ist ein bisschen knifflig. Versuche erst ein Level aufzusteigen. Ich kann hier XP farmen. Wo kann ich... Wo kann ich... Ah, okay. Das Spiel wird vom Geil. Oh, da ist noch einer. Ja man, wir haben es geschafft. XP errungen? Ein. Nächstes Level. Äh, noch weiter... Weitere 99 XP benötigt. Du solltest... Dafür... Bei... Diesem... Tempo... Nicht... So... Lange... Brauchen. Wir hacken uns hier mal nochmal rein. Äh... Können wir den nochmal zurück, irgendwie? Keine Ahnung. Oder müssen wir das so laufen lassen? Ah... Check. Ich checke es. Das muss hier hin. Und das muss hier hin. Moment. Aaaaah. Okay, okay, okay. Okay. Ah... Okay, okay. Oh. Ah. Ah... Jetzt farmen wir erstmal ein bisschen. So, wie viel sollen wir machen? Ich glaube 300 ist gut. Dann machen wir den hier weg. Dann machen wir den und den. Nice. Herdung scharf zu freigeschalten. Genieß die Flügel. Warum kannst du nicht einfach mein Spiel spielen? So wie ich es vorgesehen habe. Genieß die Flügel. Cheater. Ah, geil. Wir haben es geschafft. Nice. Ja, haben wir ein Ticket? Kann ich den mitnehmen? Nö. Das ist toll. Das ist toll. Ich muss mich jetzt auch ein bisschen mehr konzentrieren. Zwischen linke und rechte Maustaste zu wechseln. Nö. Guck mal. Okay. Nö, noch mal. Fühlere Tränen. Den können wir nicht, okay. Wir müssen also da hin. Ticketsee. Machen wir hier erst mal. Ja, schon wieder. Äh, das wird langsam knapp. Ach so, ein Ding kann ja leer werden hier bei mir. Hab ich gar nicht gesehen. Ich glaube schon zu einer See hier, hallo? Oh, was haben wir da? Warte, den nehmen wir nochmal raus. Ähm. Dann nehmen wir den hier. Da hin. Und den lassen wir mal. Warte, was haben wir hier? Ach so. Okay. Und den tun wir wieder da. Ah, okay. Okay, okay. Äh, das Schluss ist jetzt erstmal da oben. Dann machen wir den. Ah, ne, warte, der muss erstmal rüber. Jetzt. Äh. 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 Ne, jetzt habe ich Missgeburt. Ah, okay. Jetzt habe ich Missgeburt. Hä? Hä? Ja. Ich muss sich hier schon stark konzentrieren, dass man nicht ausversehen die falsche Maustasse, äh, hier, loslässt. Und geschafft. Ja, Mann. Hä? Okay. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. So, jetzt haben wir es geschafft. Okay, aber hier geht es irgendwie nicht weiter. Vielleicht müssen wir da unten den Weg dann. Von dem komme ich irgendwie nicht ran. Ich gehe jetzt mal weiter. Hä? Ach so. Ich gehe doch weiter. Okay. Münze? Haben wir gesammelt? Und jetzt? Können wir denn von hier dahin, ne? Von hier vielleicht? Von hier? Von hier. Von hier. Von hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020